Luckyfaro auf einem Euro. Wir gucken mal wie weit wir kommen. Hallo zusammen erstmal natürlich. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr schon dabei seid, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren. Das hilft uns wirklich sehr weiter und wir zählen auf eure Unterstützung. Ich bin mal gespannt wie viel wir heute bei Luckyfaro so gewinnen werden. Mal sehen. Okay, wir starten mit einem Powerspin. Nicht schlecht, aber okay. Das ist doch schon mal ganz gut. Für die ersten Drehungen ist das doch super. 18 Powerspins. Los geht's. Oha. Hatte jemand von euch schon mal ein Vollbild nur mit einer Sache wirklich? Das ist ja echt schade, dass es nur das Kuh war, aber das habe ich auch noch nicht gesehen, glaube ich. nicht schlecht. Ich würde sagen, das läuft bei uns. Attacken beim Wow, das lasst ihr erstmal so stehen. 53 Power Spins. Ab geht's. Das kann ja nur gut werden. Das kann ja nur gut werden. 53 Power Spins ist krass, aber da muss natürlich auch ein bisschen was gewonnen werden. Zwischendurch, damit sich das lohnt. Das kann ja nur gut werden. Wow. Was ist hier los gerade? Krass. Schade, dass das nur AGs sind und keine Power Spins noch dazu. Schade, بsträck, dites, close. Schade, bei sohle. Schade, bei sohle. Schade, bei sohle. Schade, bei sohle. Ich würde sagen, gleich knacken wir schon die 200. 200, okay, jetzt schon. Auch nicht schlecht. Knacken wir noch die 300? Bestimmt, oder? Okay, jetzt wird es schwer, wenn die ganze Zeit nichts kommt. Ah ja, sehr gut. Oh mein Gott, wartet ihr das schonmal? Ja, 96 Power Spins, ich glaub's ja nicht. Ich würde sagen, wir machen das im nächsten Video weiter. Schaltet also ein. Wenn ihr nichts verpassen wollt, klickt aufs nächste Video. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Oh, man, okay. Ich habe die ganze Zeit mit der Kaffee geliefert. Ich habe die Kaffee geliefert. Ich habe die Kaffee geliefert. Ich habe die Kaffee geliefert.